hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum let's play von villagers und heroes ja wir sehen schon hier wartet jemand auf uns ein ja was ist es eigentlich ein vampire ein mystischer und großer vampire ja das ist wieder unser lollipop die sache ist ja was wir heute überhaupt machen er wollte moment macht ihr schnell was die sache ist er wollte uns heute mal erklären wie wir unsere waffen unsere zwei waffen zusammen machen können und zwar bräuchten wir ja dazu unsere waffe die frage ist welche waffe er eigentlich meinte die wir zusammenfügen sollten ja sonst werden heute noch ein paar quests machen und mal schauen was mir so alles erreichen können im schwertes königs und die nehmen wir einfach mal mit um zu gucken was man hier zu machen können mit diesen schwertern das wasser können wir mal hinlegen ich hoffe das haut alles hin mit dem sound wenn ich dann nicht wir brauchen ein wir brauchen eindeutig mehr platz viel mehr platz die tränke können wir behalten wir haben noch was zum stapeln es ist so viel hier drin und ja man ist noch platz oder verzeihung so und zwar wir haben das den gleiche schreibung so du ich sehe gerade nicht was ich schreibe so du wolltest doch noch erklären wie ich waffen zusammenfüge oder so ich habe ja keine ahnung was man hier überhaupt machen kann mit dem waffen werden wir gleich sehen ja die sache ist was machen wir heute schönes haben wir ja noch eine quest schuppige zähne momentane aufgabe kleine reisszähne haben wir überhaupt reisszähne schon das werden wir gleich sehen wir haben sehen da auch winzige reisszähne moment wir kommen gleich winzige reisszähne robustes horn dumpfer hauer polierte hauer kleiner kleiner reisszähne so haben wir noch mal kleine reisszähne das wird aber auf jeden fall nicht reichen hier bei mir sagt er was hier ziehe ein gegenstand hier ein und um zu schmieden ziehe ein gegenstand hier ein und um ihn zu kognomifizieren ja dann nehmen wir doch am besten einmal unsere waffe oder dann nehmen wir einfach mal outfit waffe nehmen so einmal die hier rein und einmal die hier rein seid ihr euch aber was ach kosten du besitzt was haben wir dieser platz zu benutzen kannst du ein extra sockel maratis mister klinge schaden ob das wirklich so perfekt wäre wir machen einfach mal wir können aber noch so welche dinge mit rein fügen die haben wir doch auch noch und zwar waren die waren die bei uns oder hat mir doch nicht mehr so welche stufe 20 schild hier genau extra sockel was auch immer das bedeutet wir hauen es einfach mit drauf so zeige ich mal ja jetzt hier da 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 irgendwas zeigt gerade uns hier der dingstens wir machen jetzt aber erst mal das statt hier rein und das hier rein und hauen einen extra sockel rein so 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 nein es geht gar nicht so dann bearbeiten bestehen bist du sicher dass du dieses gegenstand kognomifizieren möchtest ja das zudem hat platz noch für noch mehr talente fähigkeiten und zauber möchtest du ihn wirklich jetzt kognomifizieren da kann man da noch einen zweiten kann man dann noch ein zweites schwert rein hauen weil das ist ja eigentlich 2 und schaden erhöht um vier punkte verursacht zusätzlich schaden 21 vor zusätzlich schaden 21 1,5 er hat aber 21, ich würde sagen ja komm wir nehmen das jetzt einfach so bearbeiten bestätigen so wird schon richtig sein verzeihung dass ich die ganze zeit wussten muss outfit 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 so ja zeigt mir her das schwert aber haben wir jetzt hä das ist doch scheiße ist das jetzt ernsthaft das schwert premium bla 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 schaden exzellent kann ich gar nicht werden kognomifizieren von mara das mister kling und bei überhekes grundschweite streue desto ist ja ist ja eigentlich egal welches aussehen es hat so jetzt fragt man mal ihn was er noch hat hier mit den gnomen reden der müsste dir das alles erklären gut nachher muss dieses doppelte dinge sind wir diesen ding und da oben so dann müssen wir mal gucken und zwar würde ich sagen was hatten er noch hat ja noch irgendwas er schreibt grad was hat er gerade gemacht die geben geben wir in die event zone was ist denn da das ist ja cool komm mach nur mal eine rolle machen wollte ich kds und quest ja warum nicht ich meine wir müssen ja für die aufnahmen auch mal was zeigen von daher okay machen wir einfach mal gut gut dann los da sind wir beide gleich stark mit das bezweifelt bis jetzt noch dass wir beide gleich stark sind ich mit meinen pieksern so das ist ja cool oh wir können eine rolle vorwärts mensch sind wir gut wir können eine rolle vorwärts da geht es um horridel sturmfest und beschwörer von 1 bis 75 wir sind ja schon level 75 deswegen können wir da rein gefühlte level 75 aber wirklichkeit sind wir erst 13 oder so wenn wir überhaupt erst 13 sind ich weiß es gar nicht ich glaube wir sind sogar noch niedriger die zone ist für dich gefährlich warum habe ich so wenig energie auf einmal ich habe doch genug tränke oder das hilft mir überhaupt rein gar nichts du kannst du mich jetzt hier nicht alleine lassen hilfe es leckt gerade ein wenig wo ist er denn da so ich habe gleich auch 800 er hat nur 610 dann aber ich habe warum hat er so schreibt ihr irgendwas die sache ist das quest annehmen alle ok oh hallo ok wir gucken mal hallo das habe ich wie kann ich helfen gegen die schluft und tötet 200 stein legionen ok und der möchte willkommen der steiner benutzt besondere kristalle bla 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 findet die stein quelle einer der stein legionen wie sie wird sie haben ok machen wir machen wir machen wir ok so na gut da folgen wir ihm haben wir werden es alles besiegen was hier bei uns gibt es ja noch mehr quests ja habe ich schon ich habe genug achso ja stimmt wir müssen ja bei diesem portal müssen wir immer durchgehen um die erst zu bestätigen aber du bist nicht viel stärker oder zumindest wir sind nicht leichter weil du hast bestimmt eine ganz andere rüstung und oh mein gott und eine ganz andere dingsens das will ich jetzt sehen dass ich ja gleich ähm warum habe ich kein dingsens das fällt mir gerade mal auf warum habe ich denn hier die eins und die zwei nicht mehr ähm talente schwertsturm ähm wo ist denn phönixschlag haben wir noch brutaler instinkt trotziger stand hat das vielleicht damit was zu tun weil hier die ganzen leute sind äh quatsch weil wir jetzt hier drin sind dass wir diese attacken nicht haben oder sind die schon vorne weg gewesen so komm schon hier ich habe meine attacke nicht mehr aus mysteriösen gründen so das muss ich mal erfragen ich habe ich habe irgendwie die zwei attacken nicht mehr ähm kann das jetzt vielleicht sein weil ich die waffe knummifiziert habe ey das wäre ja scheiße dass wenn das mal irgendwie ich meine aber gut wir haben die ja knummifiziert oder habe ich irgendwas falsch gemacht ich glaube das mit den größer werden ähm ey ey ich ich komme in das spiel rein und ich weiß schon mal wieder überhaupt rein gar nichts und bin wieder am sterben ähm ähm ich bleibe jetzt erstmal hier stehen erstmal leben renergieren weil er ist mir ein bisschen benebelt das ist er irgendwie gerne ähm du hast anscheinend falsch geknummt wie ich habe falsch geknummt ist das jetzt ist das jetzt ist das jetzt für immer ich kann da auch noch was falsch machen das gibt es doch nicht und nun na toll da habe ich eben falsch geknummt so wo kann ich mich jetzt mal hier heilen ach das ist doch ärgerlich jetzt haben wir auch noch falsch gemacht irgendwas das beginnt ja schon gut in der Aufnahme so wo ist er denn der Kollege wir folgen dir mal ach von wegen wir sind gleich stark ähm wo ist er denn sehen wir ihn sehen wir ihn ähm sehen wir ihn auf der Karte ach da kann ich den besiegen ich traue mich gar nicht aber er kommt glaube ich runter ja 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 So erster besiegt Ich kann mich auch welche besiegen So aber so viel Expert machen die eigentlich gar nicht Aber dafür dass wir Level 75 sind So Die müssen wir ja wahrscheinlich alle mitnehmen hier Habe ich EP bekommen? Ich glaube ja Ich denke Ich habe glaube ich gerade nicht richtig hingeguckt Aber ich glaube ich habe irgendwie mal EP aufblitzen sehen Ich glaube 35 oder so waren es Wenn ich mich irre So wir tun mal ihn hier besiegen Das gibt es doch nicht Ich dachte ich bin gleich stark Der hat mich angeloben Wir sind gar nicht gleich stark So ich gehe mal ganz schnell zu ihm hin So einen von diesen Tränken habe ich ja noch So wir nehmen mal ihn noch hier mit Du bist beschäftigen kannst dieses EP Ach so jetzt Ja ich habe ja den Adlerschlag schon gemacht Aber das ist die Sache So was es bin es